neuen video auf meinem kanal um mal wieder zu einer folge clash of clans wird ein kleineres video weil geht es erst nicht vom schwimmbad nehmt mir das nicht übel ich hab nicht mehr viel zeit machen es einfach mal angriff wir sehen uns welchen gegnern gefunden habe so leute nach gefühlten jahren habe ich gegner gefunden den greift jetzt einfach an 20 boogies hauen sein rathaus weg lakain greifen hier einfach an zwei heilerinnen sollen sich heilen heilen die keine lakies oh man was das denn für ein fehl war bin ich dumm alles ob es war jetzt nicht wirklich gut also body is dead ok ich hab doch genügend nehmt mir fehlt noch ein bisschen elixir dann kann ich meine kaseine verbessern dann gehen wir mal in das zwei dorf da habe ich viele dann greifen wir mal an angriff ich habe riesenfrei ist ja geil so meine bogies wenn die dingen das oh nein das verliere ich glaube ich ja das verliere ich oh shit ok leute das war jetzt schlecht ok das war es auch schon wieder von diesem video wenn es euch vorhat lasst dann noch oben da bitte nehmt es nicht übel dass es kurz zu kurz war machts gut cheerio und ciao mid-o mid-o